Na klar, es kann im Vorfeld der US-Wahl natürlich Rallys geben. Die Frage ist nur, wie nachhaltig sind diese Rallys dann oder sind die gedeckelt ein Stück weit, weil eben die Unsicherheit über den Ausgang der US-Wahl wie ein Damoklesschwert letztendlich über den Märkten liegt. Und vor allem, weil Donald Trump gesagt hat, naja, ich sage jetzt nicht, dass ich das Wahlergebnis akzeptieren würde und es erscheint zumindest auch nicht sehr wahrscheinlich, dass Trump jetzt in den nächsten Tagen oder Wochen sagt, ich werde das Wahlergebnis so oder so akzeptieren, weil ja die These der Trump-Administration und der Republikaner ist, diese Briefwahl, die ist manipulationsanfällig und das ist natürlich sozusagen ein Einfallstor, um dann möglicherweise juristisch bestimmte Auszählungen anzufechten und das würde diese ganze Ergebnisfindung wahrscheinlich sehr, sehr in die Länge ziehen, würde Unsicherheit bringen und das ist das, was die Märkte ja derzeit belastet. Schauen wir uns mal an, was Goldman Sachs gesagt hat. Die bringen es vielleicht auf den Punkt, die sagen, ja, wir sind ja eigentlich pro Risiko, mithin also pro Aktien, wollen also eigentlich nicht verkaufen, aber es könnte sein, dass die Risiko-Assets, also wie Aktien, in einer Joppy-Bewegung sind, in einer Seitwärtsbewegung sind, wo es mal rauf und mal runter geht, ohne ganz, ganz klare Richtung. Und vor allem sagt Goldman Sachs auch, dass natürlich das Coronavirus jetzt ein immer größeres Thema wird, denn könnte dazu gleich mehr. Aber vor allem interessant, dass Goldman Sachs sagt, es gibt zwei wirklich gute Szenarien für die Aktienmärkte. Das eine wäre, ja, wenn Donald Trump gewinnt, denn dann würde mehr oder weniger alles beim Alten bleiben. Zumindest wenn eine Kammer, also Senat oder Abgeordnetenhaus, auch republikanisch bliebe, dann hätte man eine Fortsetzung der bisherigen Politik, war ja nicht so schlecht seit 2016 für die Aktienmärkte, wird hier argumentiert, aber noch besser wäre, wenn es einen Durchmarsch der Republikaner gäbe, wenn also Joe Biden Präsident würde, das Abgeordnetenhaus demokratisch würde und der Senat demokratisch würde. Das wäre dann sozusagen der maximal positive Fall für die Aktienmärkte, weil es heißt Stimulus ohne Ende. Die Demokraten wollen ja viel, viel mehr Geld in die Hand nehmen, um die Wirtschaft zu stimulieren. Das, sagt Goldman Sachs, wäre eben gut für die Aktienmärkte. Schauen wir uns mal hier noch die derzeitige Prognostik an, die wir hier sehen. Wir sehen Präsident Biden, alles sozusagen demokratisch, immerhin die wahrscheinlichste Option derzeit. So die Demoskopen mit 24,1 Prozent, dass zumindest das Abgeordnetenhaus demokratisch bleibt. Und Präsident Biden wird immerhin 20 Prozent, 20 Prozent auch die Wahrscheinlichkeit, dass Trump Präsident wird. Aber beide Kammern bei den Demokraten bleiben oder die Demokraten beide Häuser gewinnen. Denn also hier sehen wir verschiedene Wahrscheinlichkeiten. Die geringste Wahrscheinlichkeit sieht man derzeit, dass Trump Präsident bleibt. Und beide Kammern republikanisch bleiben. Warum, können wir gleich vielleicht auch mal sehen. Nämlich, wir haben jetzt heute ja diese Debatte, die um 3 Uhr nachts in deutscher Zeit stattfinden wird. Dauert circa 90 Minuten ohne Publikum, beziehungsweise mit ganz wenig Publikum. Kleiner Nachteil für Trump, der ja sehr gut ist im Antizipieren von Stimmungen, im Eingehen auf sozusagen das Publikum. Und der sich da fühlte wie ein Fisch im Wasser. Und es wird um folgende Themen gehen, nämlich die bisherigen Erfolge von Trump und Biden. Es geht um die Supreme Court, also die Berufung jetzt der Richterin Amy Barrett, die Trump ja durchziehen will. Es geht um das Coronavirus. Es geht um die Wirtschaft. Und es geht um die Unruhen, die wir hier in verschiedenen Städten gesehen haben, der USA. Und es geht eben um die Integrität der Wahlen. Das sind also ganz große Themen. Man hört, dass die Trump-Berater sagen, es werden 17 Fragen, hier hat Joe Biden vorgelegt, die sehr unangenehm sein sollen. Also da wird sich der jeweilige Kandidat überlegen, wie er den anderen natürlich in die Bredouille bringen kann. Insgesamt, so heißt es, wäre es für Biden schon ein Gewinn, wenn er hier einigermaßen eine gute Figur macht. Also nicht fahrig wirkt, nicht stottert, nicht irgendwie so ein bisschen von einem Thema zum anderen springt. Das wäre schon ein Riesenerfolg für Biden, denn die Erwartungen an Joe Biden sind ziemlich niedrig, weil er für viele ja doch einen etwas senilen Eindruck macht. Das ist ja genau das, was auch die Trump-Administration immer versuchte zu vermitteln. Aber wenn er der durchaus wahrscheinlich aggressiven Haltung von Donald Trump widerstehen kann, wenn er also sozusagen da ruhig und cool bleibt und hier seine Linie fährt, dann sehen die Auguren für Joe Biden einen Vorteil, zumal viele Wähler ja jetzt schon gewählt haben oder dabei sind, sich sehr früh zu entscheiden, weil der Anteil der Briefwähler deutlich steigt im Vergleich zur Wahl 2016. Wir sehen das jetzt hier auch wieder Stimmunusgespräch ist so ein bisschen im Hintergrund. Und möglicherweise ist es inzwischen Pelosi und Nugin, wie White House Advisor Larry Cutlow heute gesagt hat. Interessant ist aber auch, um auf Goldman Sachs nochmal zurückzukommen, der untere Text, den Sie hier sehen, dass man sagt, naja, für den S&P 500, für die Gewinnsituation im S&P 500 mithin, also für die Aktienmärkte, wäre das gar kein so großer Unterschied. Denn zwar würde Biden dann eine höhere Unternehmenssteuer bedeuten, aber es würde eben auch mehr fiskalische Ausgaben geben, also mehr Stimulus geben und wir hätten niedrigere Zölle. So sieht es zumindest der Goldman Sachs. Dementsprechend würde das wahrscheinlich gar keinen großen Unterschied machen in Sachen Gewinne für die S&P 500 Unternehmen. Aber kommen wir nochmal zur Wahl. Ich hatte vorhin gesagt, wir haben einen sehr hohen Briefwahlanteil und wir sehen jetzt schon in vielen wichtigen Swing States, also in den Staaten, die diese Wahl entscheiden, weil sie mal republikanisch, mal demokratisch wählen und der Winner ja alles, the winner takes it all, die Maxime ist bei amerikanischen Wahlen. Das heißt, wer Florida gewinnt, der kann eben alle Wahlmänner da hin senden. Wer Ohio gewinnt, wer Pennsylvania gewinnt, wer Wisconsin gewinnt, diese wichtigen Staaten, die sind hier sozusagen entscheidend. Und wir sehen bisher, so meldet es Politico, dass demokratisch registrierte Wähler eine deutlich höhere Nachfrage nach Briefwahl haben als im Jahr 2016, deutlich mehr als die Republikaner. Und das könnte ein entscheidender Punkt sein, dass irgendwie die Aktivierungsquote, die bei der Wahl 2016 bei Hillary Clinton sehr schlecht war, weil irgendwie diese Kandidatin nicht wirklich beliebt ist. Biden ist jetzt auch nicht gerade hochgradig geliebt, aber er ist eben nicht unbeliebt. Er ist sozusagen ein Kompromisskandidat, der den wenigsten wehtut. Aber das ist sozusagen etwas, was derzeit so ein bisschen für die Demokraten spricht, zumindest wenn man diesen Berichten glaubt. Wir haben dann jetzt auch die Situation nochmal mit dem Coronavirus. Wir haben ja heute in New York die Lage, dass über drei Prozent der Tests positiv sind. Das erste Mal seit vielen, vielen Wochen. Und wenn das Ganze über die nächsten sieben Tage so bleiben sollte, dann müssten automatisch alle Schulen in New York wieder schließen. Und das wäre praktisch so ein halber Lockdown, denn viele Eltern können dann nicht zur Arbeit gehen. Wir sehen High-Frequency-Daten derzeit, die sagen, okay, wir haben jetzt fast Ende September, haben wir etwa zehn Prozent der Büroangestellten, die wieder in ihrem Office arbeiten. Im Juli waren es acht Prozent. Also wir haben da nicht wirklich eine Steigerung reinbekommen. Aber dennoch wäre das natürlich ein Rückschlag, wenn jetzt die Schulen in New York und dann möglicherweise woanders wieder schließen würden. Und wir haben natürlich diese Situation in Europa, die doch relativ schwierig ist. Wir haben vor allem Spanien hier im Fokus. Wir haben Frankreich im Fokus. UK heute über siebentausende Fälle. Das ist auch die höchste Zahl seit langer, langer Zeit. Also wir sehen, dass natürlich hier die Kurve erstmal wieder nach oben zeigt. Und natürlich will keiner einen kompletten Lockdown, aber es könnte immer mehr partielle Lockdowns geben oder lokale Lockdowns. Und das könnte natürlich dann ein weiterer Belastungsfaktor werden für die Märkte. Hier für die Bären unter Ihnen ein Chart, der nochmal den Vergleich macht zwischen Weltwirtschaftskrise 1929, damals startend im August 1929, und dem S&P 500 jetzt im Jahre 2020. Und unter 2020, da sehen wir, ja, das gibt gewisse Ähnlichkeiten bisher. Die Erholung in 2020 war etwas dynamischer, der Fett sei Dank. Aber möglich ist eben auch, dass da noch das Schlimmste vor uns ist. Das wollen natürlich die Bullen nicht hören, aber es ist nichts unmöglich. Und das, obwohl die Amerikaner ziemlich euphorisch sind, wie heute das Verbrauchervertrauen aus den USA vom Conference Board gezeigt hat. Da haben wir den größten Anstieg gehabt jetzt zum Vormonat seit dem Jahr 2003. Also plötzlich eine ziemliche Euphorie, plötzlich eine ziemliche Freude jetzt wieder bei den Amerikanern. Mal sehen, ob das ein Kontraindikator ist. Wir sehen auch an den Märkten, um jetzt mal auf das Thema Aktienmärkte wieder zurückzukommen. Wir sehen hier die Relation zwischen dem Nasdaq, also dem Tech-Sektor und dem S&P 500. Da hatten wir ein neues Allzeithoch gemacht in dieser Relation. Da sind wir jetzt so ein bisschen zurückgekommen. Aber es ist jetzt nicht gerade so, dass die Euphorie für Tech plötzlich komplett eingebrochen wäre. Also nach wie vor haben wir hier eine gewisse Euphorie in Sachen Tech. Euphorie ist vielleicht das falsche Wort, um jetzt mal nach Deutschland abschließen zu kommen. Für die Schuldensituation. Wir sehen hier die verschiedenen Bundesländer und ihre Verschuldung. Und wir sehen hier vor allem Nordrhein-Westfalen massiv verschuldet mit fast 200 Milliarden Dollar. Na klar ist auch der bevölkerungsreichste Bundes, das bevölkerungsreichste Bundesland. Dann folgt Niedersachsen, Berlin. Dann folgt Baden-Württemberg, Hessen. Aber Bayern, ja ähnlich einwohnerstark wie Nordrhein-Westfalen, ist doch da ganz weit unten in der Statistik. Neben den Sachsen, die praktisch kaum verschuldet sind. Wir sehen hier vor allem die Stadtstaaten, die eine relativ hohe Verschuldung haben. Bremen, Hamburg, auch Berlin, das sind die Schmerzkandidaten. Und rot ist hier eingezeichnet, das was sozusagen im Rahmen der Corona-Krise an Schulden dazugekommen ist. Und da sehen wir in Nordrhein-Westfalen ist da richtig Gas gegeben worden. Also wenn Laschet wirklich Kanzlerkandidat wird, dann ist das auf jeden Fall ein richtiger Schuldenkönig. Ich jedenfalls bin gespannt, was jetzt heute Nacht passieren wird. Drei Uhr deutscher Zeit bis um und bei halb fünf deutscher Zeit wird es dieses Duell geben. Das kann schon sehr, sehr wichtig werden für die Märkte. Wenn man jetzt das Gefühl bekommt, Trump hat das im Griff, weil Biden ein Ausfall ist, dann könnte die Wall Street durchaus hossieren. Wenn sich Biden aber richtig gut schlägt und das Ganze sehr schmutzig werden sollte, dann kann ich mir vorstellen, dass es morgen ein bisschen holprig wird und vielleicht die nächsten Tage und Wochen. Wir werden sehen, jetzt wünsche ich erstmal einen wunderbaren Feierabend und sage Servus und Ciao.